Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, mit dabei ist heute Paluten, die alle Kartoffel. Hallo! Hey! Ja! Hey! Oh, da bist du. Achso, hey, da hab ich auf jeden Fall für dich noch was ganz Leckeres. Guck mal hier, einen Kuss kriegst du von mir. Und ein paar Herzen, Leute. Benötige Heilung. Heilung? Okay, warte. Äh, das ist ein Heiltanz. Ich brauche Schilde. Hier, kannst Lamas öffnen. Da sind Schilde drin. Musst du nur draufhauen. Yay! Okay, hast du den Battle Pass gekauft? Ja. Ja, schön, Alter. Ja, da kommen wir mit. Und wir spielen heute, meine Freunde, gemeinsam eine wunderschöne Runde Dropper, und zwar den Regenbogendropper, ja? Das Ziel ist, unten anzukommen. Ich würde sagen, Palo, wir versuchen einfach mal unser Bestes. Let's go. Okay. Ah. Bin tot. Ah, es war so knapp. Wo muss ich denn landen? Ja, du musst auf dem Bouncepad landen, Schätzlein. Ah, auf dem Bouncepad. Ah, ja, okay, das ist ja eine Info. Ich hab ja noch nie einen Dropper hier gespielt. Also hast du schon mal einen Dropper in Minicraft gespielt, Alter. Ja, ja, aber da gibt's keine Bouncepads. In Minicraft waren wir doch die Dropperfreunde. Weißt du das noch? Nee. Nee, ich auch nicht mehr. Dropper 2, glaube ich, sogar zweimal gespielt. Einmal alleine und einmal mit dem Freedom Squad. Okay, ich sollte vielleicht springen. Alter, okay, warte mal. Ich hab's doch gerade eben so gut geschafft. Wie hab ich das gemacht? Ich muss mir ganz kurz... Das haben wir mich auch gefragt. Zeig mal bitte deinen Chili Sincane in die Kamera. Warte, Moment. Hat's geschafft! Nein, hast du wirklich? Ja. Okay, warte, dann muss ich das jetzt auch schnell nachholen. Moment. Weil ich seh nicht. Ich hab irgendeine Augenschwäche. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich hab einfach ein Problem mit meinen Augen. Ich kann schon weiterlaufen. Au! Und das ist Level 1, Alter. Scheiße. Ich kann nix dafür, dass ich so krass bin. Ach, läuft da hier der Hase. Also, hier ist mein Silly Chin Kano, meine Freunde. Palle wolltest unbedingt mal in die Kamera gesehen haben. Lecker, lecker. Ohne Fleisch. Nur mit Linsen. Ganz geile Nummer. Arschgeil. Level 2. Ah, komm, hier war eine Spawn-Plattform. Sehr gut, okay. Alter. Boah, Digga, okay. Palle, den First Try. Ja, gut. Also, First Try ist ja immer eine Auslegungssache. Ist ja immer eine Auslegungssache, wie man First Try also auch definiert, letztendlich. Hä, warum bist du auf der anderen Seite? Ich bin wieder beim anderen. Echt? Ja. Oh nein, dann musst du nochmal zurückkommen. Wahrscheinlich, weil wir gleichzeitig über die Platte gelaufen sind, Palle. Also, muss ich jetzt nochmal es schaffen? Hier. Alter, wie viele Ebenen kommen da drunter denn noch? Oh. Oh mein Gott. Jetzt easy. Okay, Palle, das hier ist wirklich komplett schwer. Das mache ich First Try. Mann, ich sehe nichts. Meine Augen können das nicht wahrnehmen, Alter, diese Farben. Das sind so grelle, eklige Farben, Alter. Hey, jetzt bin ich wieder beim Ersten. Was? Okay, wollen wir eine andere Map versuchen vielleicht? Ja, das klingt vielleicht ganz geil. Okay, gut. Dann zog ich zum Zentrum, Leute. Die Map war eh viel zu schwierig. Das macht dir wirklich gar keinen Sinn. Ja, bitte eins für dumme Menschen. Neuer Dropper, neue Freunde, neuer Spaß. Auf geht's. Hier ist doch direkt schon Mucke. Hörst du das? Nee. Ah, doch, jetzt. Alter, das ist besser als Not-So-Cool-Musik. Hör auf damit, das stimmt nicht. Thomas muss nicht mal Mucke drunter legen. Geil. Aber wie wäre es, wenn er trotzdem Mucke drunter legt? Das wäre stressig. So, jetzt geht's los hier. Auf geht's. Man hat eine veränderte Schwerkraft auf jeden Fall. Ah, stimmt. Oh, das macht das ganz... Oh, Alter. Oh, das macht es denn noch schwerer, oder? Oder leichter? Au, hä? Wo müsste ich denn hin? Ich dachte, ich muss auf das Orange. Au, was? Ah, ich weiß, wo man hin muss. Ich weiß, wo man hin muss. Das sind so Bounce-Pads. Das sind so Jump-Pads, da muss man drausspringen. Okay, okay, okay. Das ist machbar, Leute. Das ist machbar. Ist aber eigentlich ganz cool mit dieser anderen Schwerkraft, oder? Ja, finde ich auf jeden Fall wesentlich stressfreier. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein! Ja! Hast du es geschafft? Er hat es geschafft. Der Boss hat es geschafft. Du bist eine Maschine. Ja! Kollegah? Gackerschritt, Alter. Komm runter hier, Palle. Auf. Ich dachte, Kollegah ist der Boss. Ich mach die Boss-Transformation, Junge. Bist du auch Alpha? Ich bin Alpha-Stein. Und jetzt auf diesen Dinger landen. Aua. Palle! Oh, nicht so früh. Du musst, wenn du gerade vorbei bist, musst du auf diese Dinger aufgehen. Ja, ja. Jetzt macht er hier wieder einen auf Klugscheißer. Natürlich, Digga. Warte, ich tu dir mal hier... Der schafft das einmal. Ich mach dir mal hier kurz einen Kuss hin. Dann kannst du nämlich schon mal sehen, wie schön es hier ist. So, guck mal. So, komm, du schaffst das. Easy. Jetzt aber, jetzt aber. Ja, kein Problem. Auf geht's, Digga. Sehr schön. Guck mal, wie echte Freunde warten wir beieinander. Ja. Tschüss. Und weg ist er, Alter. Ja, moin. So viel dazu. Okay, nächste Runde. Boah, Alter, ist das schwer. Okay. Easy going. Ouch. Warte mal, ich hab doch aber... Gut, aber das Level hier, das ist natürlich jetzt wieder maximal eklig. Was denn hier der beste Weg? Versuchen wir es mal hier rum. Ah, Scheiße, Alter. Man muss, glaube ich, mittendrin durch. Mann, Palle, warum sind wir so schlecht in allem, was wir tun? Wieso? Ich bin nur nicht so gut in Fortnite. Aber ansonsten bin ich eine Maschine. Ich hab Waro gewonnen. Hast du tatsächlich, ne? Ja. Ach, Mann. Ich war sogar mal mit dir in einem Team. Das war klasse. Da hab ich gut abgeliefert, oder? Du bist einmal an einem Creeper draufgegangen und dann das eine Mal ein Abhang runtergefallen. Und das eine Mal wurdest du gebannt. Ja. Ist an sich schon... ... schon stark. Ah, ich hab den perfekten Weg. Ja. Oh mein Gott, wir sind gerade gleichzeitig gestorben. Das war so wunderschön. Einmal hat mich auf Stege gesnipet. Echt? Mit Sturmwaffe zusammen, ja. Ja, und jetzt wohin? Hast du es schon wieder geschafft? Ja! Ich hab's geschafft. Du bist eine Maschine. Alter. Geil, Junge. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Porsche Cayman S. Geil, Alter. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Nutz meinen Crater-Code. Nutz den Crater-Code Revenside. Geil, Alter. Skins. Battle Pass. Porsche Cayman S. 400 PS. Geil, Alter. Geil. Hausverbot in sämtlichen Clubs in Düsseldorf. Geil, Alter. Geil. Jawohl, ja. So, was haben wir hier? Hä? Oh, lol. Okay, das war cool. Okay, das heißt... What? Was ist das denn für eine Map, Alter? Ja, morgen, Digga. Heute, Kinder, wird's was geben, Alter. Digga, Palle, die nächste Map ist ja mal... Also, das ist... Macht's Spaß? Nee. Nee, das ist wirklich... Also, das ist einfach nur dreist von einem Map-Ersteller. Ach, als ob. Junge, wie soll man das denn machen? Ja, du musstest die halt im Grunde entweder komplett merken... Oder random Glück haben. Oder mappen. Also, die praktisch einfach aufschreiben. Okay, ich weiß aber jetzt schon. Eine Sache weiß ich schon mal, dass man hier... Jetzt bin ich... Bin ich wieder... Nee. Doch. Respawnet. Oh, es ist easy, 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 es ist easy. Ja, es ist easy, es ist easy. Es ist wirklich nicht schwer. Es hat nicht so viele Ebenen. Alles cool. Das ist eine echt geile Map. Kann man sagen, was man will. Hey, wieso lande ich denn hier immer bei der gleichen? Was ist denn da los? Okay, warte mal. Da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ich das am besten schaffe. Was denn? Was ist denn dein Problem? Respawn. Ja, anwenden. Ja, ich drücke immer auf Respawn und spawne halt nicht bei dem neuen Ding. Da musst du alles nochmal von vorne machen, weil der Spieler versteht, dass du zu gut bist. Weißt du? Ja, ja. Ich muss es tatsächlich nochmal machen als Org. Echt jetzt? Ja, ja. Warum? Ich habe dreimal auf Respawn gedrückt und lande immer wieder nicht bei dieser Wassermap, sondern halt bei der zweiten. Oh, Mann, ey. Diese monotone Musik macht mich nur aggressiv. Palle, ich kann das nicht mehr. Ich gehe mal zu. Rechte Ecke. Ich lande immer kurz. Hä? Hast du ihn? Ich glaube, ich habe ihn bekommen, ja? Ja, ich habe ihn bekommen. Ich bin weiter, ich bin weiter. Oh mein Gott, nice. Okay, jetzt muss ich hier bei den Bäumen runter. Ja, morgen, Alter. Ja, wunderbar. So, okay, rechte Ecke. Hä? Ja. 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 Durch einen Bug habe ich es überlebt. Oh mein Gott. Sehr gut. Ja. Das ist das, was wir brauchen. Das zählt. Ja, ich glaube, ich habe ihn auch. Sehr stark. Bäume ist auch easy machbar eigentlich. Und der nächste Coin. Auf geht's, Leute. Sehr geil. Wir rushen hier aber auch gerade durch, Digga. Das ist aber schon... Nein. Peinlich ist es gerade, was es passiert ist. Peinlich ist es einfach nur. Oh Mann. Okay, Palle, wie läuft es bei dir? Junge, Dropper-Maps sind aber wirklich einfach nur anstrengend, oder? Ich mag Dropper-Maps eigentlich. Ich auch, aber sie sind einfach nur... Aber ich muss sagen, also es gibt viele Sachen, die ich in Fortnite richtig, richtig cool finde und auch besser umgesetzt als in anderen Spielen. Aber Dropper macht in Minicraft schon mehr Bock. Ja, auf jeden Fall. Das gehört einfach dazu. Weil es ist so ein OG-Ding. Das heißt, wir sind damit quasi groß geworden. Wenn man nicht mehr schirfen drauf... Oh. Ist gerade draufgegangen? Was? Hä? Warum? Wo muss ich denn bei diesem Baum-Level hin? Boah, ich bin einfach irgendwie runtergekommen. Ich weiß nicht genau wie. Es war einfach random. Oh, oh. Ich cheate gerade, aber es ist egal. Es ist egal. Oder ist das richtig so? Ich glaube, das gehört sogar dazu. Ne, klar. Man muss so runter. Man kommt hier gar nicht anders durch. Ach so, okay. Ja, okay. Ist nice. Oh mein Gott, Alter. Nein! Oh! Kein Fallschaden, bitte. Ah! Oh. Okay, ich bin jetzt schon bei den Eiszapfen, Palle. Und ich glaube, man muss hier einfach so runter... Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Man muss runterklettern einfach. Nicht springen, tatsächlich. Also man muss so runterklettern. Okay. Glaube ich zumindestens. Also ich komme hier zumindest gerade runtergeklettert. Nein! Oh! Ich habe so ein Glück. Also ich bin immer ganz kurz davor. Sobald man da diesen Sound hört, gibt es ja quasi Fallschaden. Und ich bin immer so ganz knapp davor, den zu bekommen. Aber da habe ich immer Glück gehabt. Du bist einfach ein Tänzer. Ich bin einfach eine kleine Dancing Queen. So, jetzt booste ich mich mal hier hoch. Und nächstes! Hey! Auf geht's! Wie läuft es bei dir, Palle? Ja, sehr gut läuft es bei mir. Die Bäume sind meine Freunde. Okay, was haben wir hier? Jetzt muss ich da rein, da hoch. Oh mein Gott. Gehe hier längs. Das ist ja schon eklig, Alter. Das ist ja schon eine eklige Challenge, hier überhaupt reinzukommen. Aber wo geht es? Ach, da muss ich hin. Okay. Dingens Pad boostet mich nicht weit genug hoch. Bitte, was? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das hatte ich eben auch. Dann bist du nur auf der falschen Seite. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Hilfe! Hä? Und jetzt? Was soll ich tun? Hä? Du musst da runter. Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das schwer, Alter. Oh, damn. Das ist der umgekehrte Dropper. Ich muss hoppen. Nicht droppen, Palle. Alter. Krank. Einfach nur krank. Das ist einfach nur nervig, Leute. Das ist einfach nur nervig. Okay. Das will ich jetzt doch schaffen, Leute. Dann reicht es auch, Alter. Dann reicht es mir auch wirklich. Mama, warum? Nein. Oh mein Gott. Treffe ich das Jump jetzt? Oh. Falsch haben. Oh. Oh. Ich habe es geschafft. Nice. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich hier wieder hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ey, das war so lucky. Mann. Junge, ich werde jetzt so ein Dehner. Ich werde jetzt so ein Schreikind, Alter. Nicht traurig sein. Schreikind warst du schon immer. Ich glaube, ich habe einen Bug. Ich kriege keinen Fallschaden mehr. Was? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist alles seltsam. Hallo. Hör auf, daran rumzuhacken. Hallo. Okay, komm. Komm. Nein. Fortnite. Why do you do this to me? How could this happen to me? Oh, jetzt muss ich treffen. Ich muss treffen. Ich made my mistake. Ach du, da kommt Paluten. Au. Au. Und jetzt bin ich hier. Toll, ich bin gegen deinen Kopf gefahren, du Affe. Ja, warte. Du musst da hoch. Du musst nochmal da hoch. Das sind immer so Zwischenstationen, wo du hoch musst. Oh mein Gott. Okay, Pal, ich würde sagen, das ist unsere letzte Challenge hier, ja? Ah, nice. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich hab mir den Coin nicht geholt. Ich dumm Kopf. Nein. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ja. Ich war schon bei der nächsten. Ich bin ja schon beim nächsten. Ach ne, ich hab's auch. Okay, alles gut. Okay, ich krieg einfach keinen Fallschaden mehr, Palle. Ach ne, ich muss hier doch runter. Oh, first try. First try. Komm schon. Ja, Mann, Digga. Okay, ich hab aber einfach gerade keinen Fallschaden bekommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also Leute, irgendwas ist hier ganz seltsam. Okay, Leute. Keine Ahnung, ich hab beim letzten und zwischendrin einfach keinen Fallschaden bekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil die Hauptsache ist ja, dass ich vor Paluten da gewesen bin, Leute. Das stimmt. Das ist das Wichtigste, ne? Palle. Hat's dir denn Spaß gemacht, Alter? Ja, war die beste Zeit meines Lebens. Nein, das stimmt nicht. Die beste Zeit deines Lebens war, wo du mit mir zusammen gewohnt hast. Nein. Okay, schade drum. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei Paluten vorbei, dem alten Ehrenmann, der natürlich auch eine Videobeschreibung verlinkt. Und das war's von heute. Und Fortnite, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.